Ja, hi Leute und herzlich willkommen hier zu meinem nächsten Video. Ja, ich empfange euch hier heute aus Moorbach, denn hier findet das Testspiel zwischen der Fußballvereinigung Moorbach und dem SV Eintracht Trier statt. Ja, ich bin mal gespannt. Es ist am Ende Rheinland-Liga gegen Regionalliga. Ja, schauen wir mal, was uns hier erwartet. Also viel Spaß beim Video, Leute. Also am Rasen wird es hier auf jeden Fall heute nicht liegen. Der ist wirklich in einem exzellenten Zustand. Also ja, top. Nach den ganzen Hitzeperioden hier in der Region muss man das erstmal hinbekommen. Musik Hey! 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 Betty, wist u's? Okay Ja, ok 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 Jinny Jensy! Jensy! Dama Jensy Jensy Adi nema, nema Jensy 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 Wenns nicht zuschauen, wenns nicht zuschauen, aktiv! Aktiv! Ja, voll gut! Nimm ich! Ausdrücken, ausdrücken! Ausdrücken! Absicht! Drunk! Vettel! Er ist weg! Applaus Hecht! Dreh die Bombe! Winz! Winz! Rein! Du bist das Ding! Jetzt! Und schau drauf! Ja, ok, Schalber! Ok, schau drauf! Ok, schau drauf! Ja, ok, schau drauf! Ok, schau drauf! Wir gehen bei dir! Leichtfüßig! Leichtfüßig! Vor Fuß! Komm, komm! Bravo, Janin! Bravo, Janin! Janin, ich mach's vor Brücke! Ich hab's gehört! Danke, danke! Schuhe, schuhe euer 2-1! Schuhe, schuhe! Schuhe, schuhe! Schuhe, schuhe, schuhe! Danny, Danny! Hey! Mori, Mori! Mann! Ja, tief, tief! Anfahr! Geh mal! Geh mal! Geh mal ein bisschen Schub! Bitte, Leute, bitte, Leute! Sieh wieder vorne! Gut, gut, gut! Ja, mit dir nochmals! Ja, mit dir nochmals! Ja, mit dir nochmals! Ja, mit dir nochmals! Jetzt! 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 Jetzt geht's! Ho行! Ho, hopp! Ach so! Vor vielsinn! shoes! Ja, ja, ja! Geht raus, geht raus! Mach, mach, mach! So, ja, das Spiel ist zu Ende. Die Eintracht gewinnt knapp mit 1 zu 0 gegen die Fußballvereinigung Moorbach. Ja, wir haben ein sehr, sehr gutes Spiel gesehen. Ich finde, die Moorbach haben sich sehr, sehr gut gegen die Regionalligisten aus Trier geschlagen. Und ja, natürlich hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und an die, die meiner Seite hier noch nicht folgen. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir folgt und dann kein Video mehr verpasst. Bis dahin, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal.